Wenn der Messias kommt, wird Rom nichts mehr dein. Ist dein. Der Nazarene hatte gesagt, er würde nach drei Tagen wieder auferstehen. Wenn das stimmt, wird es gewaltige Unruhen schaffen. Wird irgendjemand das glauben? Die Schwachen schon. Es wird keine anderen Götter geben. Töte ihn. Das Grab ist versiegelt. Bewacht es mit eurem Leben. Tribun, Pilatus will dich sehen. Die Leiche ist verschwunden. Sein Grab ist leer. Wohin ist er verschwunden? Sag du es mir. Und schon behaupten sie, er wäre vom Tod wieder auferstanden. Cäsar darf hier nicht auf Unruhen stoßen. Wir müssen eine Leiche finden. Wo verstecken diese Jünger seine Leiche? Das waren nicht Jeshuas Schüler. Eine Leichetribune gerade entdeckt. Das ist der Richter. Vorwärts! Wer hat dir gesagt, dass deine Nazarene am Leben ist? Maria Magdalena. Du suchst etwas, das du nie finden wirst. Öffne dein Herz und sieh. Blüht mich nicht an. Was ist mit dem Leichnam passiert? Die Seile sind einfach explodiert. Er sollte inzwischen zurückgekehrt sein. Ich habe zwei Dinge gesehen, die ich mir nicht erklären kann. Einen Mann, der ohne Frage tot ist. Und denselben Mann, der wieder lebendig ist. Was macht dir Angst, dass ich mich irre? Dass ich die Ewigkeit aufs Spiel setze? Unbestimmte, bedrohende System. Sie wird mich töten. Ich werde nicht zulassen, dass das passiert. Triss, hilf mir! Ja! Dann bin ich schief.